Gegen Rapid und gegen Austria geben die Gegner meistens noch einmal ein Schipperl mehr drauf. Inwieweit ist das zu bestätigen aus deiner Sicht? Ja, vollkommen. Also ein besseres Beispiel war damals der Kennedy im Wien-Altag. Wir haben Fuß, das uns erwartet. Fünferkette, damals noch alles neu gewesen. Und die waren hochmotiviert, die sind ein Programm gefahren und wir haben uns auch selbst zu Hause schwer getan. Aber damals haben wir die Spiele immer noch gewonnen. Und das war immer der Unterschied, wo heutzutage diese Schnittpartner, die manchmal auch schon zu Hause im Stadion gegen Rapid sind. Und deswegen kommt auch manchmal immer diese unruhige Sache auf. Und dann ist halt wirklich der Druck auch von den Fans auch da, von allen Seiten. Und das ist halt das Schwierige. Und deswegen kann nicht jeder Spieler bei Rapid spielen oder sehr gut spielen oder performen, so wie er es beim alten Verein gemacht hat. Und ja, Rapid ist anders, aber auch wunderschön.